Hallo, ich bin jetzt hier von der Stadtverwaltung, ich glaube auch Ordnungsamt und Ortsamt Altstadt. Den gebe ich natürlich auch ein Kleid von mir, dass sie Bescheid wissen und immer frisch informiert sind. Wenn sie nicht so ignorant sind, dann nicht drauf zu gucken. Und ich gehe jetzt hier rein, um zu fragen, um meinen Zeltbau zu beantragen, dass das auch alles rechtens ist.